Moshpid Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen hier bei Moshpid Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo und ich habe heute hier einen ganz besonderen Gast. Hallo, schön dich hier zu haben. Hallo Kai, ich freue mich auch dabei zu sein. Das ist tatsächlich so, wir haben so eine eigene Sparte auf YouTube, wo wir so alte Thresh-Speed-Bands so befragen, sowieso früher so die Szene war, die Entwicklung, gerade aber auch in den unterschiedlichen Städten. Ich sage jetzt mal, wir kommen aus Essen, da haben wir natürlich mit der Essener Fraktion viel gemacht oder auch mit Düsseldorf, Death Row, die Band und ja, sind immer so dabei, das irgendwie so auszuweiten. Aber heute primär auch für die Zuschauer daraus eine kleine Enttäuschung. Wir werden natürlich nicht drüber reden, sondern eher über das neue Album, weil nämlich das zeitgleich auch das letzte Album ist. Und ja, da gibt es eine Menge Gesprächsstoff. Und unsere Zeit ist leider limitiert. Und daher würde ich sagen, nutzen wir die Zeit, um über das neue Album zu sprechen. In Visible Queen, wenn ich das richtig gelesen habe. Letztes Album, letzte Tour und auch letzte Promophase nach 40 Jahren. Und da ist direkt die Frage, ihr habt ja das letzte Album 2014 veröffentlicht, sind neun Jahre jetzt dazwischen zu, also ja klar, zu dem Neuen. Was hat dich oder euch nochmal so animiert zu sagen, okay, nach zehn Jahren, oder neun Jahren, Entschuldigung, wir hauen jetzt hier nochmal einen raus und nicht so damals so, wir machen jetzt einfach hier Schluss, spielen noch eine Show oder so oder Festival. Genau. Was war nochmal der Antrieb zu sagen, wir machen nochmal die ganze Maschine mit? Also, wir machen ja unheimlich gerne Musik. Und natürlich wäre das letzte Album wahrscheinlich auch schon viel früher rausgekommen, wäre nicht diese letzten drei Jahre so crazy gewesen. Wir hatten schon angefangen, Songs zu schreiben, weil unsere Fans haben natürlich verlangt, wenn wir live gespielt haben, Mensch, jetzt macht mal ein neues Album. Ich muss aber sagen, dazu muss man natürlich auch wirklich in kompletter Kraft sein und auch Ideen haben, weil Holy Moses war noch nie eine Band, die sich irgendwie gerne wiederholt hat. Und das heißt, da das richtig vernünftig zu machen, war unheimlich wichtig. Und dann hat man allerdings auch so in diesen drei Jahren dazwischendurch so am Anfang, als wir eigentlich so den Plan hatten, jetzt machen wir das, so ein bisschen Motivation verloren, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil ja überhaupt nicht klar war, was passiert hier in der Zukunft. Wird man überhaupt wieder spielen können? Und das musste man auch erst mal realisieren. Also ich meine, das war halt irgendwie, das war ja ein bisschen wie in so einem Science-Fiction-Film, wo du dachtest, das kann aber gar nicht wahr sein. Also ich habe das oft echt gar nicht ernst genommen und gedacht, das kann doch nicht sein. Das meint ihr doch jetzt nicht ernst, was alles passiert. Und mussten natürlich dann auch an The New Machine auf Lichtenstein denken. Also das hat, glaube ich, dann auch nochmal so einen Motivationsstoß gegeben, weil ganz viele Leute uns angeschrieben haben und haben gesagt, boah, das habt ihr irgendwie Verhersehungen gehabt, so das habt ihr doch im Comic auf The New Machine im Endeffekt geschrieben und ins Comic gebracht. Und dann haben wir halt auch über YouTube einen Song, also einen alten Song, nämlich daraufhin vom Panic-Video, das ist ein Panic-Video und ein Panic-Song gemacht. Was echt abgefahren war, war ja jeder von uns wirklich zu Hause saß und wir haben das gespielt. Und dann war natürlich nochmal völlig klar, jetzt kommt mein kleiner Hund zu Hause, ich muss mal eben die Hunde einsperren, weil ich habe hier mehr. Genau, und ich glaube, als wir das dann auf YouTube veröffentlicht haben und es nach unheimlich kurzer Zeit unheimlich viele Klicks gegeben hat, da war dann doch nochmal unsere Motivation auch wieder da und haben gesagt, nee, wir machen jetzt wirklich das letzte Album und hauen rein einfach. Du hast gerade etwas Schönes angesprochen, und zwar so jedes Album, das hört sich natürlich unterschiedlich und anders an. Gab es, sage ich mal jetzt, wenn man auf das neue Album zu sprechen kommt, und ich weiß nicht, irgendwie eine Richtung, wo ihr sagtet, okay, da wollen wir hingehen, ich sage jetzt mal Stichpunkt Produktion, so der Sound, gab es da etwas, wo ihr gesagt habt, oder euch orientiert hat, oder auch beim Songwriting, gab es da irgendwie so eine klare Vision, auf, sage ich mal, auf dieser Ebene, die man so erstmal so hört und wahrnimmt? Also die Grundvision war natürlich, Ole Moses authentisch zu sein. Und natürlich sind wir nicht mehr im Jahr 1987 oder 88, wofür nicht wie The Dogs oder New Machine auf Lichtenstein rausgekommen sind. Aber das war schon so die Tendenz, weil wir wussten, das sind so die Songs, die mir auch am meisten Freude machen, obwohl jede Periode natürlich in Moses einen ganz bestimmten Zeitraum auch meines Lebens beschreibt. Aber das sind so die Songs, ja, die mir auch unheimlich gut liegen. Und Moses war natürlich schon immer auch eine Band, die versucht hat, technisch sehr gut zu sein. Die Queen of Seas war noch ausgenommen, da haben wir noch viel geübt, weil spätestens abfinished oder dann der nächste große Sprung zur Lichtenstein hat man schon gemerkt, was uns ausmacht. Und wir waren halt schon immer eine Band, die keine Kompromisse macht. Wir haben immer gesagt, wir brauchen keinen Trend, wir müssen auch keinem gefallen. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Und das war letztendlich auch, wie wir die Songs jetzt geschrieben haben. Also das haben ja Pete, Gerd und Thomas gemacht, die Songs geschrieben. Und Gerd hat auch das Album gemischt. Also ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob er sich an irgendwas orientiert hat. Also ich glaube, da ist auch so aus dem Bauch heraus, weil es muss ja auch zu einer Band passen. Also oft wird ja gesagt, Mensch, die Band, die klingt aber so und könnte man nicht auch so klingen. Das geht aber gar nicht, wenn du halt eine ganz andere Attitude hast und auf eine ganz eigene Art und Weise deine Instrumente spielst. Das klingt dann halt so wie das, wie man halt, also der Mensch macht ja auch den Sound. Also das ist, du kannst mit Technik unheimlich viel machen, aber du kannst jetzt aus, ich sage mal, aus einer Holy Moses Platte keine Halloween Produktion machen. Oh ja, weil das eine völlig andere Mucke ist. Das ist nämlich interessant. Okay, das hätte ich mir schon fast gedacht, dass der Gerd die Platte gemischt und gemastert hat. Der war ja eine kurze Zeit bei Bonded oder sagen wir mal so, der hat ja ausgeholfen und die haben jetzt einen neuen Schlagzeug, haben sie auch bekannt gegeben, das ist nämlich der, der liebe Corny. Warum ich zu sprechen komme und dann mal auf das Thema Produktion ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Promo war, was man mir geschickt hat oder Rough Mix. Das hörte sich, wie soll ich das sagen, also von der Produktion nämlich her, also nicht, wie soll ich sagen, rund an. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr quasi so einen Rough Mix vorab geschickt habt. Der Presse, da sind so Sachen mir aufgefallen, das weiß ich jetzt nicht, wie da euer Stand ist. Das klang sich jetzt nicht so, also ich habe es nochmal im Auto gehört, da weiß ich jetzt nicht, wie der Stand ist. Das ist erstmal so die erste Frage, bevor ich irgendwie, soll ich mal tiefer in die Materie gehe, weil ich will jetzt natürlich niemandem irgendwas ankreiden oder irgendwas sagen, was dann jemand falsch aufschnappt, sagen wir mal so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du bekommen hast von der Plattformstürmer, ob das da irgendwie, die vielleicht für die Promo irgend schon einen Zwischenstand geschickt haben oder so. Also ich habe hier so Yamaha Studi-Boxen an meinem Rechner stehen und da knallt es halt ziemlich geil raus. Also ich habe hier so eine kleine ORC von Steinberg, worüber ich das laufen lasse, aber das weiß ich gar nicht. Also da bin ich nicht so drin. Da wäre letztendlich der Gärte richtige Ansprechpartner. Okay, dann muss ich mich nochmal irgendwie an dem wenden. Ich würde jetzt, wie gesagt, auch da jetzt keinen Fass aufmachen und da jetzt irgendwas behaupten, was nicht ist, weil ab und zu hat man da. Also ich kenne es halt von Vorabveröffentlichungen, da kriegt man einen Rough Mix oder es ist nicht gemischt oder gemastert, weil nämlich die Promophase beginnt und wie gesagt, da würde ich jetzt kein Thema aufmachen. Dann würde ich ihn nochmal ansprechen. Ja. Oder nochmal nachhaken oder auch beim lieben Vossi, der, muss man dazu sagen, euer neuer Labelchef ist. Nämlich er hat, ich weiß nicht, extra für euch ein Label gegründet. Auf jeden Fall seid ihr bei einem Sublabel von Atomic Fire drauf, was nämlich ihm gehört. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, wie sich auch das Label entwickelt, Atomic Fire. Nämlich es gibt ja noch Reaper Entertainment, das ist ja vom Flo das Label, aber die sind ja auch alle so miteinander vernetzt, was irgendwie, auch so die Entwicklung finde ich auch interessant, die letzten, sag ich mal, letzten Dekade. Wenn du noch mal zurückdenkst, so Mitte der 80er, was auch alles so möglich ist, wie ich sag mal, ich sag's ja gerade, eine digitale Promo, da kann ich, ich weiß nicht, die MP3s mir irgendwie anhören und früher war das so, da hat man eine Schallplatte bekommen oder eine CD. Wenn du die Entwicklung von damals mit heute so vergleichst, dass wir damals irgendwie schon sowas irgendwie ausmalen können, in welche Richtung das geht und bist auch so ein bisschen stolz darauf, das alles mitgemacht zu haben von LP, CD über MP3 und jetzt dieses Streaming? Also ich finde das total strange und ich kann mich ganz ehrlich gesagt immer noch nicht dran gewöhnen. Also mehr oder weniger war ich jetzt gerade mal gezwungen, Spotify zu installieren, weil ich mich eigentlich da grundsätzlich total eigentlich gegen wehre, aber um mal zu gucken, tauchen wir da auf und so und weil dann auch Fans mir in Mails geschrieben haben, hey, eure alten Platten sind nicht auf Spotify und dann, das liegt aber an irgendwelchen Rechten und das ist Re-Releases und das, also unser Manager ist das der Live, ist das gerade irgendwie alles am Klären, weil ich gesagt habe, boah, ich bin so froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Also der redet eigentlich nur noch für mich Chinesisch, ja, und ich meine, ihr habt so im Musikbusiness, ich habe es ja von der Picke auf gelernt und muss sagen, ich bin total lost, ja, also klar, Zoom kann ich, weil das mache ich auch in meiner Praxis mit Klienten und so, ne, das ist, Zoom ist ein schönes Mittel, ähm, aber, äh, also, wir waren ja damals bei der ersten, ich weiß noch, bei der, ähm, bei der Finish with the Dogs, hatte damals unsere Plattenfirma gesagt, wenn ihr die ersten 10.000 Vinyl verkauft habt, dann machen wir eine CD und, äh, dann flatterte auch irgendwann die CD, äh, bei mir zu Hause ein, ich war überrascht, ich wusste gar nicht, dass sie die dann schon gemacht hatten und ich hatte gar keinen CD-Player. Also ich hab dann irgendwie so geguckt, äh, so ein bisschen, hab ich da irgendwie noch was auf dem Sparkonto oder so, weil so ein Ding war halt auch teuer und auch für mich eigentlich irgendwie, ich hatte ja keine CD, außer Holy Moses für die Schwester Dogs, bin dann wirklich in Aachen in so ein Hi-Fi-Geschäft gefahren, weil in Aachen gab es auch weder Mediamärkte noch Saturn, es gab damals schon Saturn in Köln, das weiß ich noch, aber, ähm, ich bin halt in Aachen in so, in die Adelbertstraße in einem normalen Laden und hab gesagt, ich brauch einen CD-Player und dann hat er mich angeguckt und, äh, ja, was und wie und ich so, ja, so günstig wie möglich, ich hab meine erste CD und die hatte ich dann auch dabei, weil ich wohl noch gedacht hab, braucht man da irgendwas Besonderes fast jede CD in jeden CD-Player, also total verrückt und, äh, und dann die MP3s, also ich meine, wie du schon sagst, als Band, man versucht halt irgendwie einen vernünftigen Sound zu machen und dann hast du einen MP3. Ähm, das ist ja eigentlich auch eine Verarschung für den, für den, äh, für den Mixer, ne, weil es geht was verloren auf einem MP3, ne, ähm, aber, ja, die Jugend von heute ist, glaube ich, aber auch das vom, vom Hören her schon fast gewohnt, ne, also ich hab gehört, dass Bands gibt, die machen einen extra Streaming-Mix, einen extra MP3-Mix, all sowas, ne, also ich glaub, da sowas hat Gerd nicht gemacht, also, äh, da sind wir dann doch wieder zur Oldschool, ne, aber es ist, und geahnt, oder, das war damals halt verrückt, wir haben halt Kassette und Vinyl gehabt, ne, und, aus dem Radio, auf der Kassette was aufgenommen, oder, ich weiß, so meine ersten Musiksachen, die ich hatte, wo ich überhaupt gar kein Geld hatte, um mir Platten zu kaufen, da hab ich meinen Kassettenrekorder, mit dem man aufnehmen konnte, eine Kassette rein und hab halt Ilja Richter Disco 77 geguckt und hab mich gefreut, ob Sweet oder Smoky da waren und hab auf Aufnahme gedrückt, ne, also wenn man mir das da erzählte, was jetzt heute passiert, crazy einfach nur, ne. Ich hab mal gerade eben schnell nachgeschaut, eure neue Platte, die hat ja zwölf Songs, so, und es gab ja vor Streaming noch eine Zeit, das hat ja so iTunes, wie soll ich sagen, ja doch, hat iTunes etabliert, dass du nicht mehr ein ganzes Album kaufen konntest, sondern einzelne Songs und jeder Song kostete 99 Cent, so, und ich hab mich mal mit jemandem unterhalten, der sagte, was das für eine verrückte Zeit war, wo Leute 99 Cent für einen Song ausgegeben haben, wenn man bedenkt, wie viel Zeit drin steckt, einen Song zu schreiben, die Leute irgendwie in den Hintern zu kriegen, kommt ins Studio, macht das jetzt hier, schreibt den Song, dann geht man ins, also professionelle Studio, hat einen Produzenten, dann wird es gemixt und gemastert und dann bietet man seine Kunst für 99 Cent an, so, und beziehungsweise ein Album, da ist ja nicht nur ein Song, sondern sind ja zwölf, zehn, neun Songs drauf und dann picken Leute genau nur einen einzigen Song, als so diese Zeit aufkam, gerade im Thresh-Bereich, ich weiß nicht, was hast du da damals gedacht oder hast du auch je nachgedacht, als das damals so aufkam mit iTunes und jetzt kann man einen Song kaufen für 99 Cent, weißt du das noch? Ich glaube, mir ist das damals erst mal noch gar nicht wirklich aufgefallen, ich habe nur irgendwann mitbekommen, wo ich gedacht habe, hey, zu einem Album, also gehört ja auch das Cover und ich meine, früher war das, man war total aufgeregt, also ich glaube, selbst bei der eigenen Platte, oder weiß ich nicht, du hast dir die neue Slayer gekauft oder was auch immer, ja, das Cover, du hast es ja auch wegen dem Cover gekauft, es war groß, du konntest was sehen, hast die Texte, hast Bilder geguckt, dann lag da noch vielleicht ein Poster oder irgendwas drin und das ist, ich finde das total befremdlich, aber ich meine, man muss mit der Zeit gehen, ich glaube einfach, man darf jetzt auch, die Jugend heute, die wachsen damit auf, also ich hatte eine total lustige Sache und ich glaube, die erklärt alles, ich bin vor zwei Wochen mit meiner Schwester, meinem Schwager und dem zehnjährigen Sohn im Auto nach Aachen gefahren und das war genau, ja, das war genau jetzt vor zehn Tagen, da ist freitags unser Video veröffentlicht worden, um elf und wir saßen im Auto und dann habe ich gesehen, dann sagte der Lütte zu mir, ey, Tante Bibi, du hast da schon irgendwie, da sind auf einmal 5000 oder 8000 haben das schon sich angeschaut und ich so, boah, echt, dann meinte er, ja, das ist aber nicht besonders, das hat sich so viel, ey, die Minecraft-Youtuber, weißt du, das machen die in einer Minute, ich so, ähm, okay, dann hat er aber immer wieder zwischendurch so geguckt und dann meinte er, aber sag mal, hast du denn auch Videos, die mehr Klicks haben? Ich so, ja, es gibt da welche, das alte Panic-Video, da haben wir über 500.000 drauf, ja, zeig mal, dann habe ich ihm das auf dem Handy gescrollt, zeig ihm das, er sieht so, ja, boah, das sind ja 565.000 und dann guckt er, vor 16 Jahren, da hast du aber lange für gebraucht. Und dann habe ich gesagt, schreib du erst mal einen Song. Und dann hat er, dann habe ich gesagt, ja, das ist die Platte von 1989 und der Zehnjährige ist in Mathe ganz plietsch, sagt zu mir, ja, aber wieso ist das denn erst vor 16 Jahren auf YouTube hochgeladen worden? Ich so, ja, 1989 gab es noch kein YouTube. Und dann sagt er zu mir, und wo hast du es dann hochgeladen? Da gab es nichts im Hochgeladen. Und wie hat das einer geguckt? Ich so, ja, im Fernsehen, da gab es Metal-Sendungen und da ist es gelaufen und dann kam die beste Frage und er sagt zu mir, ja, und wie hast du dann die Likes gesehen? Ich fand es irgendwie, das hätte man echt mit so einer, es war echt schade, dass wir hinten in dem alten VW, wo es nicht so eine Go-Go-Go drin hatten, ja, und er hat es da auf Aufnahme gedrückt, weil das hat mir eigentlich alles erklärt. Die leben in einer anderen Welt und in einem ganz anderen Gefühl dafür. Und, also ich fand das, also auch mit den Likes und Views, ne, also wir haben uns dann weiter unterhalten, woher wusstest du denn, wie viele Leute das Video gesehen haben? Ich so, ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn man, manchmal konnte man feststellen im Fernsehen, dass sie gesagt haben, es gab Quoten, eine Sendung haben eine Million Leute geguckt oder wie auch immer, aber das war wirklich, das war so ein spannendes Gespräch, wo man einfach merkt, ja, wo die heute mit zehn sind, ne, es ist eine, es ist eine andere Zeit und die muss man auch akzeptieren. Ich glaube, wir haben früher uns genauso gedacht, so wenn Opa gesagt hat, es war aber immer alles früher besser oder anders, das ist aber ein neues Jahrhundert jetzt und, ja, das gehört dazu, aber man muss es ja auch nicht unbedingt, also man macht es ja jetzt automatisch mit, weil sonst wüsste es keiner, dass, dass eine neue Platte rauskommt, ja Gott sei Dank, ne, wir sprechen, aber machen es ja auch über YouTube und machen es digital, das Video ist halt auch, wird hochgeladen, weil es ja auch die Metal-Sendungen nicht mehr gibt im Fernsehen, also insofern, so ist die Zeit halt einfach und muss man auch akzeptieren und hat auch seine Spannung, also ich finde, wir dürfen auch nicht über alles meckern. Das stimmt und ich habe mich tatsächlich letztens, was heißt letztens, schon so das letzte Jahr erwischt eigentlich, das ist eine neue Plattform, nennt sich TikTok und ich fand das sehr befremdlich, da irgendwas hochzuladen, das ist ja total bei den Teenagern voll angesagt und voll im Trend, muss aber so sagen, ich will nicht sagen, dass das die Zukunft ist, aber es ist ein Medium, was man jetzt nicht so mehr so wegreden kann, also ich habe ich da gemerkt, so ja, ja, komm, das wird sich nie durchsetzen, so wie das Internet mal vor 30 Jahren, das wird sich nie durchsetzen, das haben ja auch andere über Sozialnetzwerke gesagt und das ist nämlich ein sehr, sehr guter Punkt, wo wir nämlich gerade dabei sind, nämlich beim Thema Promophase auch im Hinblick, dass es ja das letzte reguläre Album ist, habt ihr vielleicht gedacht, so okay, das ist jetzt unsere letzte Promophase, wir machen jetzt mal irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Release-Show auf ein Schiff oder irgendwie sowas oder sagt ihr auch, weiß ich nicht, wir spielen ein Guerrilla-Konzert, irgendwie sowas nochmal, irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, was Besondere, sage ich mal, in Anführungszeichen, machen neben jetzt so Interviews wie jetzt hier oder sagst du so, nee, komm, das ist dann irgendwie nicht so Holy Moses-Style. Also, wie gesagt, noch nicht im Kopf, also wir haben jetzt die erste Show, ganz oldschool, ganz normal in Spanien, am ersten Märzwochenende zum ersten, zum neuen Album und so geht das das ganze Jahr, ich glaube jetzt irgendwie, heute sind schon wieder welche bestätigt worden, also ich glaube, das sind jetzt schon 25, 30 Shows, ich glaube, kein Wochenende in den nächsten Monaten zu Hause, aber irgendwie so, sowas ganz Abgefahrenes oder crazy, nee, ich glaube, da sind wir noch gar nicht auf die Idee gekommen irgendwie und Wossi und, ich glaube, es war was jünger, aber auch jetzt mehr oldschool, also, und auf TikTok oder so, ich weiß, ich habe irgendwo mal eine Ansage für irgendeine andere Band, ja, für Corvus Korax, weil ich bei denen den Wacken mitgesungen habe und die haben gebeten, ich sollte da für Corvus Korax halt irgendwie so ein TikTok-Video machen und da musste ich aber auch eine viel, viel jüngere Freundin von den Fragen, die bei mir auch manchmal zu den Pferden kommt, weil, ich sage, kannst du das mit deinem Handy aufnehmen, ich soll so ein TikTok-Video machen, ne, ja, das ist, ich glaube, da kommt man jetzt auch vielleicht rein, also, ich habe natürlich auch vielleicht in den letzten Jahren von solchen Sachen gar nicht so viel mitbekommen, weil wir keinen Release hatten und jetzt kommen natürlich auch nochmal neue Sachen auf mich zu, die irgendwo spannend sind, ne. Wenn du das so hörst, ähm, und du hattest ja auch neun Jahre Pause jetzt zwischen den Alben, das ist ja eine Menge getan, also Facebook war ja schon damals etabliert, aber Instagram ist durch die Decke gegangen, da gab es nochmal zwischenzeitlich Snapchat und jetzt halt jetzt TikTok, würdest du auch sagen, also von dieser ganzen Vermarktung her, ähm, dass zum einen klar Bands, dass die selber ein bisschen mehr machen müssen, wie jetzt nur vor 20, 30 Jahren und zweitens auch, dass das irgendwo eine Last geworden ist, dass theoretisch, klar, jetzt habt ihr ja, dass ihr noch theoretisch ein fünftes oder sechstes Mitglied benötigt, die sich nur, welches sich nur dann um Social Media kümmert, die Band und das zu befeuern, weil ihr vielleicht auch, sag ich jetzt mal, nicht den Zugang dazu habt oder sagt so, nee, das ist mir zu stressig, das ist so eine belastende Entwicklung, ist glaube ich das richtige Wort, würdet ihr sowas sehen oder ist das Fluch und Segen? Ja, aber auf der einen Seite hast du recht mit Fluch und Segen, also ich meine, früher hat man auch unheimlich viel gemacht und das war natürlich auch mega aufwendig, weil du hast auf einer normalen mechanischen Schreibmaschine Flyer geschrieben, hast irgendwie was drauf kopiert, bist zum Kopieladen gegangen, hast die Flyer ausgeschnitten und hast es verteilt und hast auch was dafür gemacht. Und was jetzt natürlich ist, klar, man muss sich irgendwie auskennen, also Gott sei Dank in meiner Band, die meisten sind ja also 20 Jahre jünger, Gerd ist 15 Jahre jünger als ich und müssen sich aber auch zum Teil wirklich reindenken, also wir haben da so ein bisschen die Aufgaben in der Band ein bisschen aufgeteilt, wer was wann wie machen könnte, aber zum Beispiel auch Thomas, der ist, der bereitet die ganzen Sachen für Videogeschichten vor, also hat auch für das, als das der Videorelease war, da so ein Shortcut gemacht davon und die Schriften rein, weil er weiß, wie das geht, weil er ITler ist und als Grafikdesigner auch das beruflich macht, da habe ich nochmal Glück, weil also ich alleine oder mit einer Band, also wenn jetzt alle, so wie ich, davon keinen Plan haben, das wäre echt schwierig, weil die Plattenfirma natürlich auch davon abhängig ist, dass wir da unheimlich viel unterstützen, weil es halt so viel ist. Und ich meine, ich bin eigentlich so, ich habe ganz am Anfang, ich hatte schon 85 Mal den ersten Computer und ich habe auf PageMaker 1.0 schon gearbeitet und Layouts gemacht und bloß die Zeit ist so gerast. Also ich weiß noch, früher mussten wir halt auch selbst auf PageMakers einmal ausdrucken, umdrehen, neu einscannen. Also ich habe ganz früh den ersten Laserdrucker gehabt, wo du noch so eine fette Postkriptkarte reinmachen musstest. Meinen ersten Schwarz-Weiß-Scanner, der 12.000 Mark gekostet hat, den ich also auf Abzahlung geholt habe, also das waren nur Preise. Ich war früh drin mit dem ganzen Kram, aber muss jetzt sagen, das, was auf Social Media ist, also dieses Wissen, was du brauchst, das ist schon abgefahren. Also das ist ja so ein Studium für sich. Aber wir haben jetzt nicht die Kohle jetzt extra speziell da einen drauf anzusetzen. Also wir versuchen da unser Bestes. Manchmal ist bei mir auch was doppelt auf Facebook, wenn ich was weitergeleitet habe oder habe dann jetzt geschnallt, weil ich mir dann auch Instagram als App geladen habe, dass wenn ich dann, ich habe dann erst auf Facebook was gemacht und dann auf Instagram und dann da, wieso ist denn das jetzt doppelt? Dann ist geschnallt, dass wenn ich was auf Instagram setze, dass ich das dann automatisch auch auf Facebook und manchmal lacht die Band auch und sagt, Sabina, was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja, also das ist, aber man kommt so ein bisschen rein. Was ich interessant finde, das Wort viel schon mal, das ein Wort in Raman, beziehungsweise Grafikprogramme, Mediengestaltung, weil ich auch selber Mediengestalter bin und natürlich müssen wir da über das neue Artwork von euch sprechen, weil ich finde persönlich, das ist eines der Besten von euch, es sieht auch ultra derbe aus, dass natürlich die Invisible Queen steht natürlich im Fokus mit dem dreiköpfigen Hund und wieder sehr, sehr viele Details und was natürlich auch wenn so die Spinnenweben so, alles ist so eingestaubt, aber sie erhebt sich noch mal ein letztes Mal. Genau. Dazwischen ist jetzt so meine Interpretation von dem Ganzen. Ich weiß nicht natürlich, ob das zum einen stimmt und bevor wir gerade darüber gesprochen haben, so über dieses Thema Streaming und MP3, da hat man ja wenn überhaupt so ein ganz, ganz kleines Thumb und ich finde immer, man muss das Ganze irgendwie so auf Platte irgendwie holen, damit man die ganzen Details sind und bei der Grafiker oder der Illustrator, der das Ganze designt hat, sind auch in einem Artwork so verschiedene Details versteckt, wie ich sage jetzt mal bei Iron Maiden, man muss da schon genau hingucken, um gewisse Referenzen zu erkennen. Habt ihr schon, habt ihr sowas eingebaut für die Vinyl-Sammler da draußen, die sich das Ding noch nicht vorbestellt haben und einen Anreiz suchen, sich die neue Platte zu holen? Da sind ganz viele kleine Mini-Details drauf und das finde ich auch super und Güla hat das halt echt mega umgesetzt. Also wir hatten so eine grobe Idee und ich war wirklich, als er dann seine Ergebnisse so, als wurde dann immer noch besser, aber schon die ersten Entwürfe, wo ich gesagt habe, geil, das ist das beste Moses Cover, was wir je gemacht haben und erzielt auch alles, also auch mit den dreiköpfigen Hunden, also auch, dass wir so viele Songs wie Finish of the Dogs und Undead Dogs und also das passt alles zusammen. Das macht es rund. Wir hatten ja auf der Agony of Death auch schon mal so ein Cover, wo viele Details waren, aber das ist jetzt, also für mich ist es das perfekte Cover. Es ist halt Metal. Und da? Es ist halt Metal.